Oh, Pass auf dann! Du musst aufpassen, die Kanone, das kann schief gehen! Das kann schief gehen! Bitte nicht! Das Schlimme ist, man kann die auch von so zünden! Also... Diese Kanone... Sie sind ja weiter schief gegangen! Nein, aber es ist schief! Oh! Nein, Mann! Du hast ja weggeblogen! Wieso hat er die gezündet? Ok Okay Hallöchen meine lieben Zuschauer und willkommen zurück bei Let's Play Chimerae Dailyist Warriors Na Gerrit, wir haben es endlich geschafft, wir sind in den Urlaub Wir sind angedockt, Leute, so, wir haben es geschafft, wir haben es endlich geschafft Das Schlachtfeld liegt hinter uns, unsere beiden Boote werden wir mal verlassen, würde ich sagen So, wir haben es geschafft, jetzt ist die Zeit für Urlaub Los, was ist hier los? Der erste Eilige schick gerade eben schon, der ist uns ein bisschen misstrauisch begutachtet Weil wir doch immer noch Rüstung und Schwert angelegt haben Ja, so ist das, so geht man halt in den Urlaub Und ich habe erstmal meine Reisebroschüre angeguckt Irgendwie scheint dieser Ort schon besucht zu sein Ich weiß nicht, wer diesen Geheimtipp weitergegeben hat Ich war es nicht Ja, wir beide alten Rittersleute müssen auch mal ein bisschen entspannen Oh, hast du es gesehen? Komm, wir gehen erstmal hier lang das Lette aus, ein netter Pfad Vielleicht finden wir ein Bänkchen oder eine Hütte, so ein bisschen ein Empfang Ich höre irgendwie wie so ein Donnern im Hintergrund, was war denn das gerade eben? Ich war es nicht und mein Magen auch nicht Aber ich habe trotzdem ein bisschen Kohlstand Ich frage mich, wo das Hotel ist Hallo, guten Tag, könnt ihr uns eine Auskunft geben? Wir folgen ihm einfach mal, wir folgen ihm einfach mal, vielleicht bringt uns hin Mit seiner zärtlichen Stimme Ja, dann folgt, folgt mir Oh, was ist denn da aber los? Oh, da ist... Was machen die da? Oh, ich glaube, oh je Warte, warte, ich helfe dir Oh! Ich glaube, das hier wird doch kein Urlaub Ich glaube, das wird ein Albtraum Guckst dir an, du das! Was ist das für Gestalten hier? Weg damit! So, ich helfe dir, ich mache jetzt den Samurai Perfekt Samurai Renn nicht weg! Ich habe hier gebucht! Komm hier! Okay! Wir sind bei Team Death, Mensch Leute Und der Samurai, der wird sterben Auf der Dukateninsel? Oh! Achso, der ist auf unserer Seite Oh, alle tot schon? Hier sind paar andere Urlauber, die mit uns Hier leider noch weiter kämpfen müssen Wurde wohl leider nix, oder? Blöd Ne, leider nicht Ah, Mensch Die Schlacht wird immer weiter gehen Und ich sehe, da hinten ist ein Wikinger Ich glaube, die sind auch aus dem Norden hierher gereist Nur um uns zu stören Warte mal hinten ist er Wo ist der Wikinger? Da drüben, da drüben Oder ne, das ist ein Spartaner Da drüben, das ist ein Spartaner Achtung! Hinterhalt! Hinterhalt! Ja, rufst du dich erstmal zurück Okay, okay, okay Hab ich dich gedruckt? Nein, 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 nein Du hast mich nicht, also Ich weiß nicht Sowas würdest du nicht tun Oh Gott! Sowas würdest du auch nicht tun Oh, da schießt einer von Weiten Tu es recht nicht Aber man, das ist ganz gut So, als Ritter läuft das ganz gut Bist du das dann? Ich geh nochmal zurück, ja Ich muss mich erholen Das ist eine lilane Schrift Hat das was zu bedeuten? Oh! Weiß nicht Hast du dein Vorrat noch im Boot gelassen? Ja, ich guck da mal, ja Stochere ich mal zurück Das sieht so lustig aus mit den Pfeilen im Rücken Das ist so geil Naja, ich wollte nur noch machen Du warst da was im Rücken Wollte ich das rausziehen? Das sieht falsch aus Okay, äh Ich denke es toten Kopf Aber weißt du was ich gehört habe Es soll hier einen großen, heftigen Schatz geben Den will ich gerne mal bergen Einen heftigen Schatz So, die Spartaner werden fallen Jeder einzelne von ihnen Hinter uns Ich bin abgeworfen Ich bin abgeworfen Ich bin abgeworfen Ich bin abgeworfen Aber bisher Mal gucken So, das ist auch einer von uns Wie heißt der? Das ist Ninja Die Ninja will bewachen Schatz, den müssen wir jetzt an uns reißen Oh, und Ein Pirat Das ist Blackbeard Hier ist hinter uns Da kommt Ninja Was? Ich habe ihn nicht mehr gekriegt Blackbeard ist tot Und hier ist eine Kalone Heuja Wirft uns so einen Gottverdammten Ninja Mit einem Schwer treffen Bis er mal stirbt Ein Schwerer Ritter Heia Oh, da Warte ich helfe dir Kommen die auch so zünden? Oh, die kommen auch so zünden Das ist komplett chaotisch Oh, ich habe ihn getroffen Oh, pass auf dann Du musst auf was Die Kanone, das kann schief gehen Das kann schief gehen Das kann schief gehen Das Schlimme ist, man kann die auch von so zünden Also Diese Kanöle Sie sind beide schiefgegangen Sie sind beide schiefgegangen Keiner wäre da schief auch Nein, Alter Das ist er weg, Bro Wieso hat er die gezündet? Die Kanone hat sich gerührt Ich habe Sie hat mich Sie hat sich auseinandergenommen Also, Gavret, wir müssen jetzt mal hier Wir gehen zum Schatz Und das ist ein Anziehungspunkt Und wird zur Falle werden Für unsere Gegner Komm runter Die Schatzwächter Komm in die Unhübsch dir Das muss man sagen Verdammt, ich habe ja einen Ninja Und ich schaffe den einfach nicht Der ist einfach geradezu Ich weiß nicht Zu lagil Labil Labil wahrscheinlich auch Wir sind labil Aber das sind hier alle, glaube ich Hier ist ein Gemetzel, muss man labil sein Javret, ich komme Halte dich zurück Ohne dein Leben Oh, danke Schön von hinten Das war ein Nigerian Black Prince Okay, wir haben ein Nigerianische schwarze Prinz Wow, was war das? Stell in die Höhle, in die Höhle Wir müssen den Schatz bewachen Ah, wir haben es geschafft Die Schatzinsel Äh, die Schatzkammer Das muss eine Schatzinsel sein Wir sind hier auf der Schatzinsel gelandet Oh, guck mal hier Da ist der ganze rumgelandet Ich habe mir schon gefragt, wo ich den gelassen habe Vielleicht wirft dieser falsche Urlaub doch noch ein Gewinn ab Vielleicht Ah, rum, ja Ah, hier Mit Kerzenschein So stelle ich mir Urlaub vor Genauso muss es sein So Jetzt hoffentlich Das war ein interessanter rein Wir haben hier Ah, eine Karte Ah Da kommt der Samurai Was? Wow, ein Pfeil Ein Paddel Oh nein Sorry Wow, rank up Nein Ich bin rank up Wo bist du, Don? Rank up Ich töte den Samurai Warte, ich komme Ich helfe dir Wo bist du? Und das war's mit dir, mein Samurai-Freundchen Oh, der hat eine Paddel Die Paddel des Todes Pass bloß auf, der ist gefährlich Oh, das war's So, jetzt muss ich ganz kurz gucken Wie war das? M oder so Ja Rank up habe ich gemacht Aber leider keine weitere Waffe freigeschaltet Schade Das ist nicht wichtig Es geht um das Spiel Ja, okay Rank up ist natürlich auch wichtig Ja, ich wollte gucken, ob ich neue Waffen habe Ah, das heißt chaotisch Okay, hier haben wir einen Der schön, wie er da kniet Einfach schön Er T-Beutelt, ja Gut gemacht Er ist einer von uns Er ist einer von uns Ja, siehst du Ich kann nicht T-Beuteln Das geht nicht Wir haben ihn bekehrt Alter, hört auf damit Das sieht so schlimm aus Das ist toll Das ist einfach Am rumzucken Okay, ähm Jetzt Raus Er hat die Wahrheit erkannt Da sind auch zwei von uns Da sind auch zwei von uns Ich gucke mal kurz auf die List Was? Ich bin so schlecht Was ist hier los? Ich bin so schlecht Ich bin auch nicht besser Das ist einfach zu chaotisch Ich bin so schlecht Ich bin so schlecht Ach, der ist gefährlicher Der ist gefährlicher Nein Hier wird nicht gesoffen Das ist wie ein Obdachloser Mit ohne Helmung Oha Dann Alter Brotals 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 Wir sollten Spatano Mal hier rein locken Da, hin ja von links Hin ja von links Oh, oh Aber hör, victory Toll Wir haben gewonnen Wir haben gewonnen Der Schatz gehört uns Oh, du stirbst mein Freund Aua Halt Geh weg Ich seh nichts mehr Wir schaffen Oh, warte mal Wir können auch wieder in die Mauern zurückkehren Also in die Ritter Aua, Aua Aua Aua, Aua Ich werd nieder bis Mitte Wir gehen unten Das untere Das sind Asiaten Aber wahrscheinlich wird das obere gewählt Hört auf mich zu schlagen Na gut Kurze Aufnahme, Cut Tschüss